Hallo, lieber Wein- und Reisebegeisterte. Heute nehme ich euch mit auf eine wunderbare herbstliche Tour durch das fränkische Weinland. Ich war für euch unterwegs in Volkach, Dettelbach und Gaibach, drei charmante Orte, die inmitten der malerischen Weinberge liegen. Die Herbstsonne hat die Landschaft in goldene und rote Farben getaucht und die Fahrt durch die Weinnügel war einfach traumhaft. Man kann die herbstliche Stimmung regelrecht spüren, den Duft der Trauben, die bereits gelesen wurden, und die Ruhe, die über den Weinbergen liegt. In Dettelbach haben wir einen Zwischenstopp eingelegt und lecker gegessen. Natürlich durfte ein Glas fränkischer Wein nicht fehlen. Es war wirklich ein Erlebnis für alle Sinne. Und ich hoffe, dass euch diese herbstliche Stimmung, die ich eingefangen habe, im Film gefallen wird. Schaut euch unbedingt das Video an, das ich für euch gemacht habe. Ihr findet es in meinem Kanal. Wenn euch die Herbstseige durch die Weinberge gefallen hat, dann lasst halt vielleicht eventuell mal ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Danke fürs Zuhören und bis zu den nächsten Abenteuer. Alles Liebe, alles Gute in den Rest der Welt. ... ... ...